Am M singen? 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 Am G. Ich weiß nicht, ob es angeht ist. Das ist wohl angeht. So, DG. Genau. Liebe Gäste, singt noch mal einer ein E vor einem E. E, 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 E. Also, genau. Erst das E. Da kommen noch Freunde, der ist auf den Geschmack, der die Tür muss aufbleiben. Alle, 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 gebt schnell die Klammern, dann könnt ihr euch die Klammern machen. Und seid dann auf euch gewartet, die Tür muss immer aufbleiben, sonst kann ja keiner mehr zu tun. Hallo! Sollt ihr zu sein? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Klammern, 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 Klammern. Ja, wir haben das geschrieben. Man kann nicht klatschen, wenn man ein Fotokoll. Ne, ihr solltet mich auch nicht so klatschen, das ist ja auch besser, wenn ihr das mal habt. Wenn man möchte, jemand hat jemanden takt, wenn jemanden takt, wenn jemanden füllen hätte, dann kann er sich rein, was nehmen und damit takt, im Regenraum, oder zweitens, dann macht man sowaschen. Wenn man will, ja, das ist ja zumindest lau. Das sind praktisch Spesen, so schlachte Spesen, ja, in der A, in der A, in der A, in der A, in der A. So seid ihr alle gut versorgt, habt ihr alle einen Bananenbruch? Möchtest du auch? Ne, 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 um, ja. Ähm, ja, doch, mir mal noch was, ja? Noch ein, oh, und zweitens. Erstens, muss ich den Outern, genau. Ja, brauchst du noch zwei? Brauchst du noch einen? Noch eins? Ich muss noch einen. Eins ist gleich. Wir nehmen das komplett weg. Ja, ich mach den. Ja. Ja, nein, na, hallo. Es geht schon los. Wir sind verströmt. Ja, ich merke das, weißt du, das könnte an diesen Knopf dann liegen. Ist das vielleicht der Knopf verschoben? Ah! Und diesen. Jetzt geht's schön. So, jetzt schlappt es ja auch noch. Lied. E. E. Erste Seite. Wir brauchen den ganzen Aufschlag. Also einfach nimm das rechte Hand. Und so. Ist aber jetzt noch nicht so weit. Nein, das ist gar nicht so. Ist das denn? I. 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 Schönen Tag. Das war's für heute. Bra-na-na-na, bra-na-na-na. Ja, 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 ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein schönes Lied. Sehr schönes Lied. Ist ja freundlich. Boah, die sind aber im Festival nah. Können wir nicht umfangen. Aber nein. Du musst die Reifen nehmen, Mike. Du kennst dich zum Haus. Vorsicht. Ja, Vorsicht. Ich muss das ins Internet rauskommen. Ihr müsst alle hoffen, dass ihr durchdankt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bei YouTube. Bei Hochmusik. So, ihr lieben Krefelder und Krefelderinnen, wir sind... Meine lieben Frau Gesangsverein. Und ihr gehört jetzt auch dazu. Ihr gehört jetzt zu unserer Band. Wir sind jetzt... Wir alle sind ein Band. Und wir haben keine Probe. So, jetzt schlagt nur bitte euren Gesangsbuch auf Seite rein. Seite. Ein oder drei. Jedenfalls steht Kapo vrüber. Das ist schon mal falsch. Habt ihr eine gute Schreiber? Weil wir wollen das Kapo. Wo sind eure Kappos? Hallo. Kapo, Kapo. Eure Kappos. Ja, guck dir mal, Herr Kappos. Das ist ein Kapo. Ein Kapodaspel. Das müsst ihr jetzt mal da mitbringen. Wir treffen uns jetzt hier in dieser Mischung. Hier. Wo? Und er weht mir immer nur um die gleiche Zeit. Und wenn ihr nicht in der Rolle zeigt, geht es 20 Euro stark. Ich wollte es nicht. Und dann wollte ich noch mal fragen. Jetzt konzentriert euch alle mal auf den Text. Ihr macht nicht das ganze liebende Ding. Ihr könnt so ein bisschen vor euch hinten suchen. Wenn hier aber jemand gleich mal ins Mikrofon will, macht es einfach so. Dann suche ich mir jemanden aus, wenn hier ein Mikrofon auch abkommt. Wenn er nur, weil er will. Keine Ahnung. Was? Was? Du, noch willst du mal ins Mikrofon jetzt? Du hast doch was gesagt. Danke. Ich habe noch mal dabei. So, dann würde ich sagen, hast du was für uns? Ihr seht C im Moll. Ihr habt da schon alles drauf. C im Moll. C im Moll geht so. Und dann würde ich sagen, wenn wir so weit sind, die Gitarre heute mal sonst nicht. Ach, dann nimm doch die Gitarre. Die ist doch lauter. Das ist besser. Ja? Ich wollte dann auch mal wieder Schlagzeug spielen. Aber ihr seid auch zum Theatergruppen. Nein. Nein. Wir sind wir alle. Nee, wir sind auch ein Theatergruppen. Ja. Nee, wir sind auch ein Theatergruppen. Ja. Ja, wir sind auch ein Theatergruppen. Nee, wir sind auch ein Theatergruppen. Ja. Ja. So, war ich mitfragen? Sorry. Ja, ich mach das nicht gerne. Wir haben alle ein paar Sachen. Oh, I've had you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, kannst du dir das nehmen.